Die drei Hauptleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbeschreit24.de. In der gesetzlichen Rentenversicherung ist ja doch einiges geregelt, von § 1 bis über § 300. Und viele Menschen stellen sich vielleicht die Frage, was für Leistungen bietet denn eigentlich die gesetzliche Rentenversicherung, wenn ich zum Beispiel krank werde oder wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Lebensalter erreicht habe oder wenn ich sogar eventuell eine Beschäftigung beginne. Und da will ich einfach mal einsteigen. Das klingt vielleicht jetzt alles ein bisschen akademisch, aber es ist es ja in Wirklichkeit nicht. Also die erste Hauptleistung, die die gesetzliche Rentenversicherung gewährt, ist eigentlich der Beginn einer Pflichtversicherung. Der Beginn einer Pflichtversicherung ist immer daran geknüpft, dass ich eine Beschäftigung aufnehme oder eine Berufsausbildung mache oder ich bin zum Beispiel in einer Behindertenwerkstatt, in einer anerkannten Schwerbehindertenwerkstatt oder Behindertenwerkstatt beruflich tätig. Dann steige ich sozusagen in eine Versicherungspflicht in die gesetzliche Rente ein und daraus resultiert dann als zweite Säule der möglichen Leistungen die sogenannten Rehabilitationsleistungen. Und die Rehabilitationsleistungen sind in den Paragrafen oder stehen in den Paragrafen vor den Rentenleistungen. Und diese Rehabilitationsleistungen sind im Wesentlichen auf zwei Hauptschwerpunkte gerichtet. Einmal auf die berufliche Rehabilitation und auf die medizinische Rehabilitation. Und auch hier sehen Sie wiederum, wenn man sich mal die Paragrafen genauer anschaut, dass es immer wiederum eine Abstufung oder eine Aufstufung gibt. Der Gesetzgeber sagt, wir versuchen erst eine berufliche Reha und dann eine medizinische Reha, wenn gar nichts mehr geht. Und last but not least als dritte große Hauptsäule der Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es dann die Rentenleistungen. Und die Rentenleistungen fangen als erstes an mit den Altersrentenleistungen und als zweites mit den Rentenleistungen wegen Erwerbsminderung. Auch hier sehen Sie, dass die Rentenleistungen wegen Erwerbsminderung aus meiner Sicht nachrangig sind gegenüber den Altersrentenleistungen. Das soll nicht heißen, dass die Rentenleistungen wegen Erwerbsminderung vielleicht schlechter sind als die Altersrenten, sondern es soll einfach nur heißen, dass die Rentenleistungen wegen Erwerbsminderung einfach gesetzlich eine Ausnahme sein sollen. Nicht jeder soll die Möglichkeit haben oder nicht jeder soll und muss auch die Möglichkeit haben, eine EM-Rente zu erlangen, wenn nicht die entsprechenden Gründe dafür vorliegen. Also last but not least, zusammengefasst, wir haben drei Hauptleistungssäulen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Einmal der Beginn oder das Bestehen einer Pflichtversicherung. Zweitens die Reha-Leistungen und drittens die gesetzlichen Rentenleistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Ja, wenn Ihnen das sozusagen als kleiner akademischer Beitrag vielleicht ausgereicht hat, dann würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Kuck, 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 Kuck Vielen Dank.